Oh, Herr Wisocki, bitte schön. Herr Wisocki hat das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich wollte aus Sicht der SPD-Fraktion noch ein, zwei Teilaspekte zu diesem Thema beitragen, die uns ganz besonders wichtig sind, wenn wir über diesen Punkt diskutieren. Die Verträge mit den islamischen Religionsgemeinschaften und der alevitischen Gemeinde haben eine große Bedeutung und die geht weit über Hamburg hinaus, weil wir hier, glaube ich, auch Pionierarbeit leisten, wenn ein Fundament gelegt wird, wie künftig mit muslimischen Religionsgemeinschaften und der alevitischen Gemeinde in dem gesamten Bundesgebiet umgegangen wird. Dafür leisten wir hier Pionierarbeit und das Ganze hat dann auch Vorbildcharakter. Dieses Vorhaben ist von vielen Beteiligten aus diesem Hause gestartet worden und steht nun kurz vor dem Abschluss, nachdem der Verfassungsausschuss auch eine Expertenanhörung veranstaltet hat, auf der alle die Fragen, die hier auch aufgeworfen worden sind, geklärt worden sind. Aber uns geht es in erster Linie auch um ein politisches Signal an unsere muslimischen und alevitischen Mitbürger. Mein Eindruck ist, es wird auf dieses Signal auch gewartet und es wird sehr genau geguckt, wie wir mit diesem Thema umgehen, wie wir hier diskutieren. Zeigen wir uns verantwortlich in dem, was wir hier diskutieren, wie wir den Vertragstext interpretieren oder kann man den Eindruck gewinnen, dass plötzlich sachfremde Themen diskutiert werden, die bei der Lektüre des Vertrages eigentlich gar nicht aufkommen dürften, weil sie nicht Bestandteil dieses Vertragstextes sind und auch nicht sein müssen. Ich denke, dass wir verschiedene Punkte hier nochmal herausheben müssten. Der eine Punkt ist, dass wir nicht unterschätzen sollen, welche Bedeutung die Verträge in die muslimischen oder alevitischen Gemeinde hinein haben. Denn ich finde es ganz wichtig, dass dort eine Bereitschaft bekundet worden ist, einen Vertrag abzuschließen, sich auf die Grundsätze dieses Staates zu verständigen. Und ich denke, dass das bei der künftigen Diskussion von solchen Themen, wie zum Beispiel Beteiligung im Sportunterricht oder Klassenreisen, dass das auch den Verbänden ermöglicht, gegenüber auch Extremisten im eigenen Lager eine klare Haltung zu beziehen. Und das ist uns doch in diesem Hause auch ein ganz besonders wichtiges Anliegen. Ich denke aber auch, und da bin ich mir mit Frau Müller auch völlig einig, dass die Verträge ihr Leben eigentlich erst entfalten in dem Moment, wo sie unterschrieben sind. Denn ich denke, im Moment führen wir eine sehr, ich will mal sagen, elitäre Debatte in diesem Hause, in den beteiligten, interessierten muslimischen Verbänden. Aber ich sehe noch keine Debatte zum Beispiel in der deutschen Gesellschaft. Ich sehe noch keine Debatte in den christlichen Kirchengemeinden. Denn diese Debatte, das ist meine Einschätzung, wird erst jetzt beginnen, zusammen mit den Beratungen im Verfassungsausschuss. Und ich erhoffe mir davon auch, dass auch von der DZ zum Beispiel beklagt, dass auch in der deutschen Gesellschaft mehr über den Islam, mehr über falsche Auffassungen, die dem Islam auch unterstellt werden, diskutiert wird. Und ich denke, dass das eine gute Ausgangslage ist, um insgesamt einen interreligiösen Dialog zu beginnen, beziehungsweise fortzusetzen, der dann auch die Mehrheit der Bevölkerung erreicht. Und deswegen bin ich auf die Beratungen sehr gespannt und wünsche uns dann auch eine möglichst breite Zustimmung zu diesen Verträgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.